Da ist zu, Dr. Reed, das ist mein Büro. Ja, die haben noch sehr viele Räume hier frei, aber wahrscheinlich ist die Belegschaft einfach. Dr. Tippetts, Dr. Strickland, Dr. Aykroyd. Die müssen sich ein Büro teilen und ich kriege ein einzelnes für mich. Das muss der Ort sein. Es ist definitiv ein Weg von den Augen. Drachenfluch haben wir gefunden. Clever. Warum lädt er denn jetzt? Was habe ich getan? Ich habe mich umgezogen. Ich verstehe nicht, was das sein soll. Ist das hier wegen dem Vorbestell... Ist das das Zeug vom Vorbestellerbonus oder... Ich checke es nicht. Ich finde das eigentlich viel hübscher so als Klamotte. Aber das andere ist wahrscheinlich sinniger. Ich habe auch nicht geschossen, insofern... Hinlegen könnte ich mich aus. Ich habe aber erst 900 XP, also... Lassen wir das erstmal. Hier haben wir ein Crafting Table. Was bist du? Die Blut ist sterben. Es braucht Wasser. Ja, warum... Gebe ich hier dann kein Wasser? Ja, wer weiß das schon. Survivor's Guild ist echt okay. Nicht schlecht. So, Artikel über Econ. Was auch immer Econ ist. Es ist eine seltene Gelegenheit und beinahe ein Privileg, sich einem Vampir zu nähern, ihre faszinierenden physischen und psychologischen Merkmale mit wissenschaftlichem und rationalem Auge zu betrachten. Dies sind ein paar der interessantesten Fähigkeiten, die ich persönlich beobachtet habe, während ich über die letzten zehn Jahre Vampire oder Econs, wie sie sich selbst nennen, befragt habe. Okay. Übernatürliche Geschwindigkeit. Ein Vampir kann sich in jeder Lage wie ein Sterblicher verhalten und bewegen, aber ein geübter Blick erkennt, dass sie besonders scharfsinnig sind und schneller als jeder Sterbliche reagieren können. In einigen seltenen Situationen, Furchtüberraschungen, Fluchtbedürfnis, sah ich, wie ein Vampir sich so schnell bewegte, als würde er einfach verschwinden und woanders wieder auftauchen. Das menschliche Auge kann ihren Bewegungen nicht folgen, wenn sie so schnell sind, doch zaubern sie sich, doch zaubern sie nicht und lösen sich nicht auf. Es ist nur ihre übernatürliche Geschwindigkeit. Für mich ist dies eine katzenartige Eigenschaft. Sie können so schneller und weiter als wir rennen, springen und ausweichen. Ich habe weiterhin bemerkt, dass diese Grundgeschwindigkeit erschöpft und dass sie an physikalische Grenzen gebunden sind. Das Problem ist, dass ich da nicht weiter runterscrollen kann. Nervt ein bisschen, aber das... Warte mal, wo ist denn mein... Oder ist das hier? Tada. So. Mesmerismus. Eine der mächtigsten Fähigkeiten der Vampire ist, das Sterbliche dazu zu zwingen, ihn zu gehorchen. Ich nenne dies Mesmerismus. Es hat aber nichts mit den Fähigkeiten der Sterblichen zu tun, ein Subjekt in einem anderen mentalen Zustand zu versetzen. Ein Vampir kann den... Was? Hat aber nichts mit Fähigkeiten der Sterblichen zu tun, ein Subjekt in einen anderen mentalen Zustand zu versetzen. Also das Subjekt wahrscheinlich. Ein Vampir kann den Willen eines Sterblichen beliebig beugen und sogar brechen. Ein Vampir, den ich befragte, sagt mir, dass je mehr sich ein Subjekt wehre, desto dauerhafter wäre der Schaden, da ein Vampir wortwörtlich die Psyche eines Opfers zergliedern kann. Derselbe Vampir erklärte mir, es brauche Zeit, diese Fähigkeit zu meistern. Je nach Subjekt könne das Ergebnis außerdem stark variieren. Eine falsche Erinnerung einpflanzen, eine schmerzhafte löschen, die Möglichkeiten seien unbegrenzt und beängstigend. Gespür für Blut. Dies ist wohl die schädlichste aller Eigenschaften, da aus ihr so viele Tragödien für die Vampire und für uns entstanden sind. Vampire gieren nach Blut. Sie müssen sich mit ihrem Willen selbst unterdrücken, um nicht fieberhaft jedem Tropfen Blut nachzujagen, dem sie gewahr werden. Es erhält sie aufrecht. Nur durch Blut können sie ihre übernatürlichen Fähigkeiten voll ausschöpfen. Obwohl er nicht durch Unterernährung oder Durst sterben kann, kann ein ausgehungerter Vampir sehr schwach sein. Dieser Trieb, dieses Verlangen nach Blut, erklärt ebenfalls, warum es Vampire derart in Erregung versetzt. Ein Vampir gestand mir, der Geruch und die Anziehungskraft von Blut seien so stark, dass es ihn manchmal blind mache. Wenn er sich konzentriert, kann ein Vampir das Blut um sich herum fast sehen, in warmen Körpern, durch die Wände hindurch, an vermeintlich sauberen Waffen und so weiter. Derselbe Vampir verriet mir, dass er sehe, ob sterbliche gesundes Blut haben oder krank seien, und dass er in seiner Umgebung in manchen Fällen Krankheiten, infizierte Kleidung und blutige Gegenstände erkennen könne. Sollte dies wahr sein, würde diese Eigenschaft in der Medizin unzählige Anwendungen finden. Es wäre kaum zu glauben. Mich würde interessieren, wer das geschrieben hat, aber ich glaube, das ist der Milton... Milton, 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 wo sind meine Leute? Warum habe ich jetzt schon wieder nur so wenig hier angezeigt? Natürlich gehe ich doch. Ah, hier. Swansea, nein, er hieß Swansea. Also ich glaube, er hat das geschrieben. Weil er weiß nämlich, er kennt die Vampire insofern, glaube ich, dass er das geschrieben hat. Und dass er diese Information von der... Mein Gott, spiel doch. Ich meine, du hast jetzt so lange gewartet. Ich wäre der Letzte, der es nicht verstehen könnte, wenn man jetzt zocken will. Definitiv. Oh, guck mal, hier hängt noch was. Dr. Schwester Dorothy hat auf meine Weisung hin ein Büro für Sie im ersten Stock eingerichtet. Bitte entschuldigen Sie die dürftige Ausstattung, doch das Pembroke Hospital ist keineswegs das Ritt. Es tut mir auch leid, dass Sie das Büro alleine suchen müssen. Ich muss noch etwas schlafen, bevor ich weiterarbeite. Ich bin eben nur ein Sterblicher. Ich habe zusätzlich verordnet, man solle Sie etwas ausruhen lassen und niemals Ihren Raum betreten. Sie können ohne Störungen tagsüber schlafen und ohne Verdacht zu erwecken nachts arbeiten. Ich fürchte, hier ist alles etwas unordentlich, aber wenigstens können Sie hier Ihre Experimente selbstständig durchführen. Ihnen wird das offene Fenster mit dem Gerüst davor auffallen. Es ermöglicht Ihnen derzeit unbemerkt im Krankenhaus ein- und auszugehen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie fürchterlich neu und verstörend alles für Sie sein muss. Glauben Sie mir. Ich habe genug über Ihre Spezies geforscht, um zu verstehen, was Sie nun durchmachen und fühlen müssen. Ich werde alles in meiner Macht stehend tun, um Sie bei dieser Prüfung zu unterstützen. Seien Sie versichert, dass Sie mit alledem nicht alleine dastehen. Ich bin froh, Sie in dieser finsteren Zeit getroffen zu haben. Unsere zukünftige Zusammenarbeit wird sicherlich bedeutende Früchte tragen. Willkommen in Pembroke, geschätzter Kollege. Wir sollten uns bald unterhalten. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Swansea. Also, der ist nett, der Typ. Der ist wirklich nett. Ich meine, er hätte da auch uns fertig machen können und... Warum kann ich der Flower kein Wasser geben? Hm? 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 Lass mich die Pflanze gießen. Na, nochmal. So, wir haben 20 Flaschen. Wir können mal gucken. Wir haben ein paar Sachen, die wir kaputt machen können. Warte mal, wie ging das? Das gibt mir eine Glasfiole, das gibt mir Eisennitrate, das gibt mir Schmiermittel und Schrauben. Und im Prinzip kann ich immer noch keine Behandlung machen. Aber hier, die Blutprobe von William Bishop, die haben wir. Die können wir analysieren, um die Blaupausen anzuziehen. Das machen wir jetzt mal. Okay, und wir können ein leichtes Regenerationsserum herstellen. Das scheint aber nur für uns zu sein. Also, Sera sind nur für uns, Behandlungen sind für andere Leute und deswegen... Aber, wie schon gesagt, du, ich bin jetzt schon seit 9 Uhr am Scream. Ich werde gleich eine kleine Pause machen. Wenigstens nur eine kleine, irgendwie. So, Viertelstunde, Halbe Stunde oder so. Ich brauche das einfach. Ich werde hier eh noch den ganzen Tag vorsitzen. Das Spiel bockt mich so dermaßen, wie kein Spiel lange davor im Moment. Und ich liebe diesen Mix aus Story... Ja, teilweise Action-Sequention... Sequention? Sequention. Siehst du? Ich brauche einfach gleich meine Pause, damit ich wieder meine Buchstaben zusammensuchen kann. Aber es ist wirklich ein tolles Spiel, absolut. Kann ich, äh... Bisher macht es mir einfach unheimlich Spaß und... Es ist halt sehr, sehr atmosphärisch und storyintensiv und deswegen... Ähm... Finde ich das sehr gut. Gefällt mir. Wie heißt das? I like, oder so. So, da könnten wir zu Dr. Swansea und das ist... Ist das... Das ist unser Raum wieder, ne? Ja, hier sind wir jetzt einmal rumgelaufen. Das war ja... Ne. Erstmal orientieren. Gehen wir doch mal bei... Not now! Please come back later! Was macht er? Kurbelt er sich ein, oder was? So, hier stehen wir vor verschlossenem Tür. Äh, vor verschlossenem Tür. Siehst du? Deswegen, ich brauche... Ich muss gleich eine Pause machen. Ruhigbar. Mal... Zunge entknoten. Second floor. Ja, schön. Kann ich nicht... Kann ich nichts mitmachen. Gut. Ich gehe mal einmal zu mir ins Zimmer, weil ich das Gerüst gar nicht gesehen habe, wenn ich ehrlich bin. Oder wollen die, dass ich mich hinlege zum Schlafen? Weil das Ding steht ja auf... Ist ja hier so ein Y-Zeichen. Ich sehe kein Gerüst. Ja gut, dann... Tun wir doch mal... Das, was der will. Tja, die Frage ist nun... Was will ich denn? Blutbarriere und Gerinnung. Ich gucke mir einfach mal die letzten Fähigkeiten an, damit ich weiß, wo der Weg hingeht, ne? Macht über das Blutfisch. Du kannst ihn länger kontrollieren. Gerinnung. Das Blut ist hier... Und schwebt zu deinem Mund. Du kannst dich an ihm nähren. Ohne deine Beute zu berühren. Das ist ja nett. Äh, so. Bis hätten wir auch... Ne, warte mal. Wir gucken erst mal Blutbarriere. Aber verschwindet, explodiert sie. Und, äh... Zeugt an uns, wenn man einen direkten Schaden absorbiert, bis sie verschwindet oder zerstört. Ist also einfach nur eine Barriere. Gut, gut. Wir können unsere Blutkapazität... Ja gut, kann ich hier auch sehen. Hochsetzen. Wir können, ähm... Die Blutaufnahme, wenn bis im Kampf verwendet wird, steigern. Also, das finde ich gar nicht schlecht. Man muss nicht so oft beißen, weil... Ich habe eben die ganze Zeit gebissen. Und das hat nur wenig Blut gegeben. Insofern vielleicht gar nicht schlecht. So 100% Schaden durch Biss. Oder erhöht die Regeneration deiner Lebenspunkte, wenn ein Biss im Kampf verwendet wird. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Können natürlich auch die Clown weiter steigern. Stimmt. Nee, könnte ich nicht. Weil kostet 2000. Ja, keine Ahnung. Ähm... Mehr Schaden oder mehr Heilung? Mehr Schaden, Heilung, Schaden, Heilung. Schaden, Heilung, Schaden, Heilung. Ich könnte beide steigern. Komm. Man hat auf jeden Fall bestimmt genug, äh... Genug Punkte, dass man erstmal die ersten Fähigkeiten wenigstens schon mal skillen kann. Ich kann mehr Sera tragen hier. Das hat nur Einfluss auf meine Heiltränke, die ich mitnehmen kann. Und das hat nur Einfluss auf die Bullets, die ich mitnehmen kann. Und deswegen behalte ich jetzt erstmal... Ich wette jetzt erstmal keinen weiteren Ausgaben. Wird's erstmal so belassen. Wenn ich hier sein soll, bis ich meine Forschung ist complete, dann wäre ich besser lernen, zu verhindern, meine true nature von den Mordern. Äh, ach so. Das galt mir. Mit dem Abholen, alles klar. Ja, Nurse Crane? Wie kann ich dir helfen? Ich bin so sorry. Ich weiß, Dr. Swanzee wollte Sie zu resten, aber wir haben etwas von einem Krise. A Krise, Sie sagen? Unsere Anzettung ist bereits verletzend. Ich war's hoping, dass es noch eine Box hier ist, aber... Was type of hospital sind Sie? Nein Antisettung? Du hast schon lange, Doctor. Mit der Krieg und dieser Epidemie, die Verbrauchungen seit Monaten sind es für Monate lang. Ich habe eine Lösung. In der Krieg, während der Krieg, die Drogenkrankungen war ein Problem diklar. Und wir mussten unsere Wissen um die Drogenkrankungen zu übernehmen. Wie heißt das? Wenn es richtig verwendet ist, bestimmte Kämikaner Kämikäuser können in einem Künstler. Jetzt, wo ist die Krankenhaus? Die Krankenhaus? Das ist die Pembroke. Es ist Tembroek, und Raum ist ein Luxury, wir haben nicht mehr. Alles war in der alten Morgue. Vielleicht sollte ich da erst schauen. Wo ist diese Morgue? Es ist die große Gebäude hinter dem Hospital. Du musst in die Backdauer gehen, weil es für sanitarische Gründe ist. Geh diese Key. Es öffnet eine kleine Backentrance an der Ende einer Narrow-Street. Die Abandone Morgue hinter dem Hospital. A kleine Tür an der Ende einer Narrow-Street. Auf meine Weg, dann. Danke, Nurse. Danke, Schwesterlein. So, wir haben noch einen neuen Auftrag. Okay. Ja, mein Fazit bisher ist sehr, sehr storylastisch. Sehr atmosphärisch. Gefällt mir sehr gut. Also, es ist definitiv nicht... Bisher ist es überhaupt nicht actiongeladen. Also, ich streame jetzt das Ding seit knapp vier Stunden. Zugegeben, schleiche ich durch die Story. Aber groß gekämpft habe ich nur zweimal, glaube ich. Insofern erwarte da nicht so viel Action. Aber ich denke, ich bin auch noch immer so in den Anfängen des Ganzen. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man bestimmte oder viele Entscheidungen treffen muss. Und das wiederum wird irgendwelche Auswirkungen auf das Spiel haben. Und deswegen habe ich mich auch mit meinen Entscheidungen erst mal sehr, sehr menschlich verhalten. Weil ich nicht wollte, dass irgendwo groß was passiert oder dass mir Möglichkeiten verschlossen werden. Ich werde das Ganze auch noch mal spielen in Blutrage. Also, ich werde hier einfach mal irgendwann noch mal durchrennen und das Ganze als Killer spielen. Aber ich denke mittlerweile... Ich habe wirklich ein Problem damit, die Leute dann... Also, jetzt erst mal irgendwelche Leute zu töten. Das ist schon ganz witzig gemacht. Weil du hast immer irgendwelche Gründe, warum du es vielleicht tun könntest. Aber es gibt dann auch halt noch so Gründe, die die ganz... Oder sehr menschlich machen, die NPCs. Das ist witzig gemacht. Das ist... Also, mir macht es Spaß. Definitiv. Das ist ein witziges Spiel. Man muss halt natürlich ein bisschen Dialogresistenz sein, ne? Aber das kann man... Man kann das ja... Man muss ja nicht die Dialoge auch irgendwie... Stadt. Sie. Leben. Dass durch effiziente medizinische Hilfe gerettet werden kann. Ähm. Man muss ja nicht unbedingt wirklich mit jeder Person reden und das Ganze dann zelebrieren, so wie ich das gerade tue. Aber, ähm... Ich denke, es ist doch schon eine ganze Menge Dialog in dem Spiel. Also, es ist... Man merkt, dass es... Dass es von den Machern, äh... Von... Von... Irgendlich After the Storm. Keine Ahnung. Ähm... Also, das Gefühl habe ich wiederum nur... Wenn ich ehrlich bin, bei, ähm... Beim so rumlaufen. Beim Kämpfen hast... Kannst du ja alles... Also, du kannst zum Beispiel hier Ziele, äh... Mit Steuerung anfassen und dann hast du halt ne ziemlich... Musst du eigentlich nur strafen, wenn überhaupt. Also, ähm... Die Steuerung ist relativ... Normal für ein Konsolenspiel, würde ich fast schon sagen. Klar, manchmal hängt da... Also, was ein bisschen blöd ist... Äh, die einzige Sache ist ein bisschen, ähm... Äh, ähm... Dass du manchmal diese Resident Evil Spiel, äh... Spielsicht hast. Also, ich weiß nicht, ob ich das mal hier provozieren kann. Ne, hier kann ich mich drehen. Also, es gibt manche Stellen, da kannst du die Kamera nicht drehen. Und dann hast du halt ne... Ne feste Kamera. Woran das jetzt genau liegt, weiß ich nicht. Das ist übrigens der Typ, den wir, äh... Wo man am Anfang die, die Wahl hat, ob man ihn frisst oder nicht. Ich hab ihn erstmal... Deswegen, ich hab erstmal alles leben lassen. Wie schon gesagt, ich kann, äh, das Ganze auch noch später machen. Wir haben hier, ähm... Warte mal, über ihn haben wir auch noch gar keine Informationen gesammelt. Deswegen, also, ich werd erstmal, glaube ich, fröhlich, äh, Informationen sammeln. Und, äh, mal schauen. Mit ihm haben wir aber noch nicht geredet, weil er nämlich eben noch unten war. Aber er wurde ja gerettet. Wir haben ja Bescheid gesagt. Und deswegen haben wir jetzt, äh... Du, äh, im Zweifelsfall, ich weiß nicht, was ich noch so, äh... Was ich noch groß zu dem Spiel sagen soll. Ich, äh... Es ist halt... Einfach... Wenn dir die Grafik gefällt, wenn dir die... Wenn dir die Atmosphäre gefällt, äh, dann ist es definitiv was. Weil es ist einfach gut gemacht. Also, atmosphärisch ist es gut gemacht. Wirklich. Ähm... Was wollte er? Revenge? So, hier haben wir zum Beispiel nämlich jetzt einen neuen Hinweis. Ja, und Clay hat nämlich den Bruder des Mannes umgebracht, der ihn umbringen wollte. Also, im Prinzip hat der Mann nichts weiter gewollt als Rache. Und, ähm... Wir können ihm jetzt sagen... Ich sag mal, überleben in jeden Preis. Ich sag mal, überleben. Ich sag mal, überleben. Auch, äh... Ich meine, wenn du des Englischen fähig bist, dann ist da natürlich die Sprachausgabe auch so ein kleiner, kleiner Schmankerl, weil es einfach, äh, sehr, sehr gut gemacht ist, ähm... Mit den jeweiligen Akzenten, und, äh, das ist schon sehr, sehr witzig. Wie geht deine Hospitalisierung, Herr Cox? Das ist ein sch***er Ort mit sch***er Schmankern. Aber, als ich mich gut behandelt bin, bin ich gut. Was ist falsch mit dem Hospital? Komm, Dr. Reed. Das Ort ist ein Dump. Schmalk, schmalk und schmalk. Aber du bist hier hier aufhören, dank der Erfurt und Erfüllung der Schmankerl hier. Also, er ist der Erste... Der Erste, der irgendwo... Ja, es ist Snacktime, sagst du schon, ja. Ja, genau dasselbe hab ich gerade eben auch gedacht. Hm, der macht sich gerade unbeliebt, der Gute. Was ist falsch mit dem Pembroke-Staff? That bastard you sent to bring you here, Milton. I thought he was gonna bring all my bones before I reach my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all I like that. Okay, also er erfüllt jedes Vorurteil des klassischen Arschlochs. How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know it's streets, who to pay, who to avoid and who to bully. I won't get caught. Sie werden bald sterben. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I could say for most folks. And who are you then? I'm the leader of the wet boot boys. One day I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Nö, 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 nö. Du kannst ihn immer fressen, wenn du willst. So, also hier. Ich drück mal kurz. Du hast hier oben diesen Punkt Mesmerisieren. Und dann kannst du R drücken und dann siehst du die Details. Und wenn deine Kontrollstufe genauso hoch ist oder höher als die Stufe deines Opfers, dann könntest du jetzt mit Kuh ihn mesmerisieren und ich sag mal in die nächste dunkle Ecke führen und da dir den kleinen Snack gönnen. Nur das Problem ist, wenn du dir die medizinischen Details anguckst, dann siehst du, wir haben zwei Hinweise bisher gefunden. Es gibt noch zwei weitere Hinweise, die dir Auskunft über seine Persönlichkeit geben. Das heißt, du kannst anhand der Informationen, die du über die Persönlichkeit gesammelt hast, auch entscheiden, ob du dich dann an ihm labst oder nicht. Das Problem ist, du kannst auch die Qualität des Blutes überprüfen. Und die Qualität des Blutes siehst du hier oben dran. Und das zeigt dir an, wie viele Experience Points du dafür kriegen würdest, ihn jetzt auszuschlürfen. Und du siehst, da geht eine ganze Menge verloren. Das ist ja mindestens schon ein Viertel. Oder, ne, 30% waren es. Haben wir eben gesehen. 30% Verlust der Blutqualität. Und diese 30% kannst du natürlich vorher heilen, bevor du ihn isst. Das wäre meiner Meinung nach immer die sinnigere Möglichkeit. Aber dafür brauche ich halt Items, um ihn zu heilen. Und davon habe ich im Moment halt einfach noch viel zu wenig. Da müsste ich dann zusehen, dass ich mir dann auch noch welche besorge. Und ich habe jetzt hier, warte mal, Map wollte irgendwer sehen. Hier ist die Map, so. So kann ich nur hin und her. Na gut, muss ich so machen. Also, im Prinzip, man fängt hier unten an in den Western-Docs, geht dann über die, äh, Docs selbst hoch zum Krankenhaus. Ähm, das ist so überhaupt erst der ganze Weg, den ich in vier Stunden gegangen bin. Und, ähm, ihr seht, es ist auf jeden Fall noch eine ganze, ganze, ganze Menge, die man hier, äh, machen kann. Wir haben hier Benutzerdefinierte Marke. Benutzerdefinierte. Die stehen wahrscheinlich für irgendwelche Quests oder so. Ich habe die ja nicht da hingepackt oder sowas. Naja, egal. Auf jeden Fall, es gibt noch eine Menge zu erforschen. Ähm, das Problem ist, ich kann hier jetzt, äh, also von Fähigkeiten her kann ich hier... So, und irgendwie sollten wir auch über das Gerüst hier rein und raus klettern können, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das funktioniert. Normalerweise kann man sich... Skowl-Voices in der Garten. Ich sollte investigieren. Wenn sie jemanden finden würden... Wo ist denn der Garten? Ah, das ist hier. Was geht? Ich hacke die, 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 ich hacke die nach dem Tag. Ähm, gut, die machen wir mal ein bisschen schneller. Boah, was war das? Alter, was ist das? Ich habe gar kein Blut, das ist das Problem. Nooo. Okay. Heile, heil dich, heil dich, heil dich doch. Lass mich gehen. Let my people go. Vielen Dank für den Follow. Ist er da? Heile. Weg. Gut, hier. Weg und... Ach, scheiße. Wieso bist du denn so krass, alter? Was geht jetzt? So, gib mir dein Blut, brauchst du nicht. Wir haben eine wässrige, kräftigende Blutprobe gefunden. Noch eine. Bist mal ein bisschen verwaschen. Hehehe. Oh, was ist das? Eine Fotografie in einer Brieftasche. Das Foto eines verlieblichen Pärchens. Auf der Rückseite steht Milton und Pippa. Für immer. Aha. Aha, aha, aha. So, die Frage, einzige Frage ist, ist hier hinten noch was. Also hier hinten müsste eigentlich es wieder zurückgehen. Nein, da ist noch einer. Shit. Da hab ich drauf geachtet. Mit der Klaue. Also man hat verschiedene Fähigkeiten. Ich hab bisher nur eine, eine Kampffähigkeit, äh, geskillt. Nämlich diese Nahkampfklaue. Ich wollte die mal ausprobieren. So Nosferatu-like. Die macht mal hordentlich Schaden, muss ich ganz ehrlich gestehen. So richtig ordentlich. Aber es... Ich weiß nicht, wo ich überhaupt... Wo bin ich? Bin immer... Das ist immer noch das Krankenhaus. Krass, dass das groß ist. Es ist lockt, all right. Nein, lass mich... Lass mich doch rein. Hallo? Ist hier jemand? Oh. Hey, ich hab's wieder ins Krankenhaus geschafft. Mega. Das war nicht der Plan. Das ist der Hinterausgang? Oder wo bin ich hier? Kann ich die loben? Kann ich hier irgendwas loben? Wie? Nichts zu mitnehmen? Das ist ja schade. Doch. Aha. Schmiermittel und Schrauben. Alles, was nicht nid- und nagelfest ist, muss mit. Ja, geht... Gibt's nur noch einen Platz, wo ich hin kann, ne? Irgendwie. Nur einen Platz... Bin ja schon voll mit Patronen. Warum finde ich die ganze Zeit Patronen? Ich schieße vor allem gar nicht damit. Ich weiß auch nicht. Ich sollte mal in mein Inventar gucken. Ähm... Wo sehe ich eigentlich, was ich... Na... Das würde ich gerne noch. T und K. Das würde ich irgendwie gerne umschalten, dass ich andere Waffen reintun kann. Aber da bin ich noch nicht anscheinend schlau genug gewesen. Details. Ich bin ein wenig verweilt. Ich glaube, ich bin zu blöd, die Waffen umzuschalten, oder? Weil T und G, mal ganz ehrlich... Ah, T und G ist, glaube ich, für Seras. Aber wo kann ich denn einstellen, welche Waffe ich gerne in der Hand ha... Ah, ja. Okay, dankeschön. Ähm... 45, 99, 65, 75... Für eine Hand ist das bestimmt toll. Zweite Hand... Die macht 180 Schaden. Ist natürlich krass. Keine Ahnung. Die sieht ganz cool aus, ne? Aber damit verballert man dann wahrscheinlich auch viel... Muni. Und ich weiß nicht, ob ich die damit schocken kann, aber... Na, guck mal hier. Das Schwert ist doch schon mal ein bisschen länger als das andere, was wir da hatten. Ich meine... Wozu haben wir die Waffen überhaupt bekommen? Quarantäne, Grippe. Betreten Sie diesen Bereich nicht. Im Auftrag des Gesundheitsministeriums, Gesundheitsbericht. Quarantäne. Ansteckende Krankheit. Darf die Quarantänezone ohne schriftliche der lokalen Gesundheitsbehörden betreten oder verlassen? Autorisierte Angestellten, der, bla, dürfen dieses Schriftstück verändern, zerstören, entfernen, bla, gegen diese Regelung verstößt, muss Strafbüren bezahlen, ja. Macht nicht so viel Sinn, ohne den kompletten Text lesen zu können. Aber anscheinend dürfen da nur bestimmte Leute mit Erlaubnis rein, raus und ansonsten ist der Bereich gesperrt. So, haben wir noch ein bisschen was. Jetzt haben wir aber... Eigentlich müssen wir hier hin. Ach, die alte Leichenhalle. Genau. Wir sind hier ja um... Wir wollen... Zeugs besorgen. Äh, was? Antibiotika war das, ne? Antibiotika brauchen wir. Ein bisschen Penicillin. Hier kann man raus. Also so wie sich das anhört, äh, ist hier irgendwas... Irgendwas ist hier. Wir wissen nur nicht, wo. So. Komm zum Papi. It's locked. Hm. Down. Ob's da nach oben geht? Okay. So. 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 Vielen Dank.